Hi zusammen, ich hatte ein Modell da und durfte recht lange Gelnägel machen. Es ist eine Neumodellage und ich verwende hier die Produkte von Life und Sergela Vorkin und es macht wirklich sehr viel Spaß damit zu arbeiten. Ich befinde mich noch in der Testphase, aber es wird natürlich ein Video folgen und ja, die Schablone ist angebracht und ich beginne hier mit dem Covergel. Ihr seht schon, es ist relativ standfest und ich habe jetzt vorher kein Cleargel aufgetragen, sondern verlängert direkt auf der Schablone und forme jetzt auch schon die Smiline vor. Und ich muss sagen, das ist bisher das allerbeste Covergel, was ich hatte. Also das ist richtig schön standfest, das kenne ich auch von anderen Marken, aber es läuft absolut nicht weg. Also es bleibt genau da, wo man es hinsetzt, was mir sehr gut gefällt und es lässt sich super leicht verteilen. Also ich forme die Smiline vor und mit einem trockenen Pinsel könnt ihr die Smiline nochmal ein bisschen nachziehen und korrigieren und dann lasst ihr das Ganze wie gewohnt aushärten. Dann geht es weiter mit dem French und das wird auch direkt auf Schablone aufgetragen, also kein Clear drunter, das ist voller Konsistenz, ähnlich wie das Covergel. Es lässt sich sehr, sehr leicht verteilen, wie ihr sehen könnt. Es läuft aber nicht davon und das finde ich sehr gut, wenn man lange Nägel macht. Und das ist hochpigmentiert, also arbeitet da bitte in zwei Schichten, nicht gleich zu viel nehmen, weil es sonst sein kann, dass es vielleicht Bläschen schlägt oder einfach nicht komplett aushärtet. Also da, wie gesagt, in zwei Schichten arbeiten. Ich kann das Ganze leicht andocken, gerade wenn ihr lange Nägel macht, kann ich euch diese French-Gele wirklich sehr empfehlen und ich arbeite sehr, sehr gerne damit im Studio und ich lasse das einfach wie gewohnt aushärten. Am Ring- und Mittelfinger habe ich eine ganz dünne Clear-Schicht aufgetragen als Verlängerung und arbeite jetzt weiter mit dem Farbgel Red Charnelle. Das ist so ein richtig knalliger Rotton, wunderschön und super deckend. Ihr könnt hauchdünn damit arbeiten. Auch das docke ich an und verteile es ganz, ganz dünn, also ihr braucht eine ganz, ganz kleine Menge davon und das lasst ihr dann ebenfalls aushärten. Dann kombiniere ich noch mit einem schönen Schimmergel. Das gefällt mir sehr gut. Das ist so ein, ja, Weißton, würde ich sagen. Sehr, sehr zart. Lässt sich auch super auftragen. Und ich gehe jetzt an der Smiline entlang und lasse es zum freien Nagelende dünn auslaufen, was hier jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Am Ringfinger mache ich es anders. Da setze ich es an der Spitze an und lasse es zum Nagelbett auslaufen. Und an der anderen Hand mache ich es anders. Und ja, das lasst ihr dann auch wieder zwei Minuten aushärten. Anschließend habe ich die Nägel grob in Form gefeilt und modelliere jetzt den Aufbau mit dem Pinchgel. Und ich trage jetzt erstmal eine Kontaktschicht auf und dann nehme ich eine größere Menge. Pinchgel heißt es deswegen, weil es extra zum Pinchen entwickelt wurde. Und das Gute ist einfach, dass es sich gut formen lässt und auch in der Form bleibt, also nach dem Pinchen. Es gibt viele, viele Gele, die beim Pinchen wieder aufgehen, beziehungsweise nach dem Pinchen, was sehr schade ist, wenn man sich schon die Mühe macht. Das funktioniert mit dem wirklich super und das ist ein ja schon standfestes Gehl, das sich aber sehr gut glatt zieht. Wer extrem hitzeempfindlich ist, sage ich mal, der sollte bei dem Gehl ein bisschen aufpassen und die Hand zwischendurch mal ein bisschen rausnehmen aus der Lampe, weil es doch warm werden kann. Allerdings wirklich nur bei Leuten mit sehr, sehr dünnen Nägeln. Bei harten Nägeln wurde letztendlich fast gar nichts verspürt. Also ich lasse das Ganze anhärten, pinche den Nagel und lasse es aushärten und anschließend könnt ihr die Nägel befeilen. Dann geht es einmal ans Pfeilen. Ich beginne von den Seiten und ich möchte eine Form, also als Mischung zwischen Palp und russischer Mandel machen. Und das freie Nagelende soll ein bisschen spitz zusammenlaufen und auch abgeschrägt sein. Und das ist eine Form, die meiner Meinung nach sehr elegant aussieht. Es streckt die Finger, es sieht sehr weiblich aus. Ich mag es total gerne. Ich habe das ja bei mir auch schon öfter gemacht, meine Messenägel, wobei die natürlich auch noch mal ein Stückchen länger waren. Aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Man hat einen sehr ausgeprägten Tunnel, wodurch die Nägel auch sehr stabil sind. Und ja, ich liebe diese Form einfach. Und das Pinchgel, das hat eine super Stabilität. Und ich habe das schon an einigen Kunden benutzt. Also komplett diese Gel-Reihe und es hält super. Also richtig grandios ohne Liftings und es gefällt mir super gut. Ich bin sehr zufrieden, aber es wird da auf jeden Fall noch mal ein Video kommen. Ich teste noch ein bisschen weiter, bis ich da noch mal ein Fazit-Video zu machen kann. Nach dem Pfeilen bitte einmal die Nägel noch buffern und mit einem Bürstchen den Staub entfernen. Und anschließend könnt ihr noch Nail-Art verwenden. Ich habe Strasssteinchen benutzt und die Nägel noch einmal versiegelt. Und so sieht es dann einmal aus, wenn es fertig ist. Und ja, mir gefallen die Nägel sehr gut. Ich finde, es sieht einfach elegant aus. Und es ist kein großes Design an sich, aber trotzdem ein Hingucker durch die Steinchen, durch das Rot. Und ich mag es total gerne. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.